Und weiter in Assassin's Creed, Leute. Wir reisen nach Gizeh. Wir machen jetzt doch die Hauptquest weiter, und zwar die Hyäne. Da schauen wir doch mal, was uns jetzt dort erwartet. Ich bin echt gespannt. Und ich denke mal, dass wir jetzt zu den großen Pyramiden kommen. Die haben wir schon von der Weite gesehen, aber wir waren bis jetzt noch nicht da. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns dort erwartet. Und was ich auch mal gespannt bin, ist eigentlich, ob wir mal irgendwie eine neue Montur oder so bekommen. Die sind ja noch ziemlich vom Anfang. Ich glaube, da waren wir Level 6 oder so. Jetzt sind wir doch schon Level 20. Und ich will mir jetzt eigentlich gar keine kaufen, weil die sau teuer sind. So, einen guten Kilometer noch. Renn-Mann-Pferdchen. Oh, es blockt hier auf. Ein paar Grafikfehler. Okay, ist auf, hier ist ein Abendviertel. Und da sind schon die Pyramiden. Boah. Gizeh. Okay, warum greifen die uns an? Normalerweise tun die uns doch nichts, aber... Vielleicht ist das irgendwie so Speergebiet oder sowas. Sprich mit Apollodorus Kontakt auf dem Markt von Gizeh. Okay. Schauen wir doch mal. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Okay, ich glaube, wir haben ihn eh schon gefunden. Willkommen bei Merets Waren, Reisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Hm, sehr amüsant. Du kriegst keinen Cent von mir, Mensch. Meier, muss ich dir 100 Drachen bezahlen? Krieg ein Vogel. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier. Deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne. Ist nicht ihr richtiger Name. Ihr. Schon gut, schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Haliceth. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Okay. Pass mir nur noch nicht. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Okay, dann gucken wir doch mal. Okay. Bist du ein Freund von Meret? Da muss ich unbedingt noch rauf, da. Die Pyramide. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wow. Ich bring dich um. Alter. 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 Okay, dann machen wir schon ein bisschen mehr Dampf jetzt. Bäm. Irgendwelche Fragen? Weiß ich nicht. Irgendwas. Okay, töte den Kommandanten. Und die müssen irgendwo schützt sein. Gehen wir nochmal hier hoch. Frisch das, du Ratte! Stirb endlich! Hey, Pferd, Alarm! Alarm! Hey! Frisch das, du Ratte! Komm! Feuer gefangen! Ich treffe ihn! Ich treffe ihn! Ja, da, da! Ja, da, da! Ja, da, da! Und jetzt los! Oh! 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 Boah, ist ja keine Mumie! Wir gehen jetzt! Nein, Kriegvogel! Oh, das muss ich alles nochmal machen. Nein! Alter Schwede! Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Können wir ihn vielleicht gleich hier können? Oh. 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 Hey. Was? Oh. 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 Da bin ich eigentlich optimal gespawnt nach meinem Tod. Aber richtig gut, weil da habe ich echt nicht weit zum Pferd gehabt. So. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Hm, gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ähm, ja, ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Ja, ist ja gar nicht deins gewesen. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Na, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Gemeinsam! Du hättest nicht herkommen sollen! Aus dem Weg! Verschaff mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Was stimmt nicht mit dir? Was soll das denn werden? Was hat der denn? Verschaff mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Ich überlebe dich doch niemals! Oh, sind die jetzt nicht down hier oder nicht? Oh, der hat viel dabei gehabt. Ah, mir hat schon die Menschen ein bisschen stärker, die Kameraden. Ja, die Montur sieht auch beschissen aus. Alles klar. So, 1300 Meter. Das ist ja eh genau auf die Pyramiden zu. Da könnte man doch gleich eigentlich den Punkt holen, würde ich sagen. Ich glaube, dass da oben sogar... Schauen wir nochmal auf die Karte. Pyramide. Ne, hier ist kein Punkt. Ah, da ist ein Aussichtspunkt. Den werden wir uns aber gleich mal holen, würde ich sagen. Wenn wir schon auf dem Weg sind, nehmen wir uns doch gleich mit, würde ich sagen. So, gib Gas. Oh, ha! Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Kommst du denn nicht hoch, oder was? Okay. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Das ist ein verborgener Eingang? Wow. Stellen wir mal ab, schauen wir uns das mal an. Coole Sache. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Ne, hier ist noch was. Es muss einen Weg geben. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Da geht's runter? Da gehen wir aber nicht runter. Ah, Schatz! Ah, blindert jetzt doch. Okay, zwei Dolche, Stufe 20. Oh, wir sind auf jeden Fall besser. Komm mal die mal rein. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Zwei von drei haben wir ja schon. Hier geht's ganz schön weit runter, heftig. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt hier die Fackeln ausmachen, sehe ich absolut gar nichts mehr. Hier geht's hoch. Ja, hier ist aber nichts. Cool gemacht. Ah, das sind die Sternenbilder, oder? Oh, ich habe aber bloß zwei bis jetzt. Jetzt warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zeig mir das hier die Sternenbilder an. Und ich habe das hier. guck mal, wenn ich es so mache so, wo kann ich jetzt meine fotos ob sie jetzt meine fotos das könnten auf jeden fall die blöden sternenbilder sein okay jetzt geht hier erstmal nix, aber schade wäre echt interessant gewesen was man da bekommen hätte okay gut zu wissen dass es hier ist ich schätze hätten wir somit geplündert machen wir uns doch wieder auf den weg hier raus wo kann man jetzt wieder raus hier wo heiling so gut hier wo heiling so gut Cool gemacht. Aber so, jetzt will ich mir, aber jetzt habe ich das markiert wieder. Auf jeden Fall hier hoch. So, Pferdl. Komm hier, Minrus. So, auf geht's. Wie gesagt, da schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch an. Weil ich will unbedingt da hoch jetzt. Okay, gehen wir mal da hoch. Kann nicht so schwer sein. Ich habe auch ein geiles Video auf YouTube gesehen. Da hat einer die Pyramide bestiegen. Okay, natürlich dürfte das nicht, aber... Okay, da hinten sind wahrscheinlich die Punkte zum Festhalten. Wir holen dieota. Ah! Ah! Oh! Oh! Get him out! Ich bin... Oh, noch 70 Meter, eh. Heftig. Oh, nein! Alter! Okay, muss man hier drüber? Oh, nee! Alter! Nein! Oh, Alter. Was ist denn das denn? Das ist ein Scheiß. Alter, ich kriege einen Vogel echt. Wir gehen wieder unten hier. Boah, ich war schon noch 40 Meter dran. Boah! Oh! 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 Okay, da ist mein Weg. 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 Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.